Farsi ist eine schwere Sprache, Herr Hauptstammführer. Gewiss. Deshalb habe ich mir einen Plan überlegt. Vier Wörter am Tag, das sind 24 Wörter in der Woche, 96 Wörter pro Monat und 1.152 Wörter im Jahr. Der Krieg dauert mindestens noch zwei Jahre. Das heißt, bis Kriegsende habe ich einen Wortschatz von über 2.000 Wörtern. Mit Schreiben und Lesen will ich mich nicht beschäftigen, ich möchte nur sprechen lernen. Verstanden? Ja, Herr Hauptstammführer. Und noch etwas. Wie du jetzt bemerkt hast, bin ich ein gutmütiger Mensch. Aber ich lass mich nicht zum Narren halten. Solltest du nicht der sein, für den du dich ausgibst, dann finde ich das heraus und töte dich. Hast du das verstanden? Verstanden, Herr Hauptstammführer. Zwischen, jedoch, den du noch 굶ig, wie du noch ausgimt hast. Verstanden! Be 2017 Verstanden! Verstanden!